So, hingeschaut mit Till Frömmel, das bin ich, hallo, schön, dass ihr alles zuschaut. Ich hab Helium genommen, das ist ja auch im Einsehen hier. So, ich bin bereit für die nächste Show. Los geht's. Das ist ja schon ein bisschen cool. Ich würde sagen, wir gehen auf den letzten Kanaden, was ist toll, wie gesagt. Komm, was du? Hi. Ich bin heute ihr Projektleiter. Ich bin heute ihr Projektleiter. Das war believees. Ich habe nicht mehr,MPeh Vel. Says Mal wieder hat das. Name du Adrian und von ihm. Und dann ist das요. Gib das Brust.